Willkommen zurück bei The Long Dark. So, wir müssen mal gucken, wo wir hin müssen. Schwarzfelsgerichte. Okay, dann laufen wir jetzt mal da hin. Das heißt, wir müssen... Warte mal. Links. Genau. Ich renne jetzt einfach mal. Sonst sollte ja eigentlich nichts passieren. So. Wir probieren es jetzt einfach mal. Okay. Einfach mal den Weg entladen. Ich hoffe, dass... Das reicht. Was ist denn das da hier? Ach, guck mal, guck mal. Da ist ein Haus. Vorarbeiterlichtung. Oh. Ach, geil. Wohnwagen. Ja, ich habe jetzt aber Angst, dass ich das jetzt ablege. Und dann habe ich nichts mehr. Egal. Scheiß drauf. Was? So. Nein, wir nehmen es wieder. Wir sehen nichts. Es ist eisdunkel. Okay. Erstmal durchgucken. Stoff. Arbeiterhandschuhe. Okay. Archivbericht. Okay, dann lesen wir später. Zeitung. Altholz. Okay. Ein Bett. Mit Jeans. Ein Buch. Was ist das hier? Oh, ein Revolver. Rucksack. Excellent. Jawohl. Essen. Ein bisschen Stoff haben wir hier. Schießpulver, Stoff. Noch eine Limmel. Limmel. Lampenöl. Aber ich habe keine Lampe, du Idiot. Limmel. So, was haben wir noch? Eine Dose. Metallschrott. Kaffee. Gewehrmunition. Ich werde verrückt. Halleluja. Leer. Toll. Dosenöffner. Hintenfutter. Metallregal. Ja, jetzt habe ich aber keinen Dingsbums, ne? Ähm. Nein. Da. Dann zünden wir halt eine mal an. Noch eine Dose. Sonst nichts? Oh je. Werkbank. Krachmacher. Oh, sehr gut. Benötigt Licht. Ich habe kein Licht. Kein Licht mehr. Toll. Na, das ist wieder schlau. Warte mal, es ist doch nachts, ne? Lass aber mal schlafen. Warte mal. Nehmen wir hier ein Streichholz. Wo war das Bett? Hier. Wir schlafen jetzt mal. Fünf Stunden. Nochmal eine Stunde. Eine Stunde geht noch. Hm, 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 hm. Wäre es da ein bisschen heller hier. Ah, geht doch. So, Krachmacher. Zack. Mal ein Krachmacher hier. Noch einen. Gott sei Dank. Der Krachmacher ist mein Freund. So. Sehr gut. Dann lesen wir mal. Archivbericht. Eine blutige Seite herausgerissen aus den Aufzeichnungen des Gefängnisses. Schwarzfels. Eine mündlich überlieferte Geschichte. Band D. Ich gehörte der ersten Wächtergruppe an, die sie hierher gebracht haben. Und es war mein erster Job überhaupt. Eigentlich war ich noch ein Kind. Grün hinter den Ohren. Wie die Bäume auf dieser eiskalten Insel. Aber war so beabsichtigt, schätze ich. Dieser Ort hat die Wachen genauso geprägt, wie die Männer, die sie hier eingesperrt haben. Einige von uns haben sich selbst eingesperrt gefühlt, genau wie die Insassen. Nach ein paar Jahren habe ich getan, was man von mir erwartet. Ihnen die Hände geschüttelt und bin gegangen. Seitdem war ich nie wieder in Schwarzfels. Hm. So. Ausgebrannt. So, jetzt gucken wir mal. Ob wir irgendwas... Mach ja müßchen. Oh, 09. Ziehen wir das an. Und das machen wir weg. Sehr gut. Schon mal ein bisschen mehr hier. Ach so, nee, Zeug. War ja klar. Äh, ausziehen. Nee, nix ausziehen. So, dann haben wir hier mal. Reinigen geht auch nicht. Mein Gott. Ja, toll. Aber ich habe Grachmachers. Sehe ich gerade. Hier Stück. Ah, passt doch. Ja gut, dann gehen wir wieder. Laufen wir mal weiter. Nehme schon mal einen Grachmacher in der Hand. In die Hand. Äh, hier. Nee, nee, nee. Nicht anzünden. Bist du des Wahnsinns. Gucken erst mal, ob hier was ist. Ja, das war jetzt Glück, ne? Mit dem, heh. Dass wir das gesehen haben. Das war jetzt echt Glück. Hätte jetzt nicht gedacht. Okay. Dann renn mal wieder. Oh, ich leck mich am Arsch. So. Wunderbar. Schnell rein. Oh. Uh. Magnetium-Fackel. Gipfel-Brause. Sehr gut. Leer. Hallo. Anzünden. Hau ab. So, gehen wir mal da rein. Ne, da ist nichts. Okay. Laufen wir mal weiter. Jetzt haben wir ja eine Magnesium-Fackel. Gott sei Dank. Ich will hier schon wieder was verballern. Habe ich keine Lust drauf. Hau ab. Dann gehen wir mal hier rein. Da ist ein Haus. Ein Haus. Ein wunderbuntes Haus. Ja, ich kann nicht rennen, ne? Das ist blöd. Ja, verschissen, was? Dann gehen wir doch mal da rein. Gucken wir mal, ne? Was wollt ihr? Man geht woanders nerven Maurerzuflucht Kaputt, Pfeil Was haben wir hier? Birkenströssling Okay Oh, sehr gut Und sie sind weg Hihihi, sehr gut Das wollte ich So, was haben wir hier? Oh, ein Bogen Oh, sehr gut Hatte ich noch nie, oder? Was ist das da? Gewehrpatrone, oh, sehr gut Und ein Beil, jawohl Tannenholz, das da Brandbeschleuniger, jawohl Machen wir hier mal Feuer So Machen wir hier mal was rein da So Streichhölzer, Schweinefleisch Oh, der Bau von Schwarzfels Teil 3 Ein Informationsblatt mit Informationen zu Großer Bär Präsentiert vom Heimatverein Großer Bär Nichts könnte die Funktion des Bundesgefängnisses besser unterstreichen als die umliegende Gegend Das wilde Tal rund um das Gefängnisgelände diente seit jeher als zweite Abschreckung Bevor der Grundstein für Schwarzfels gelegt wurde wagten sich Goldgräber und Goldsucher in die Region um im Schatten des Schwarzfels ihr Glück auf die Probe zu stellen Viele starben und nur wenige fanden ihr Gold nachdem sie gesucht hatten Dennoch sollen viele Bäche und Flüsse rund um das Gefängnis weiterhin Gold führen sogar im Winter Klappe Okay Ein Buch Antibiotika Sehr gut Fallspitze Alles gut Wunderbar Eine Jacke Aha Okay Haben wir das auch Angezogen 1,2 Okay 1,2 Dann ziehen wir das an und machen die weg So Gut Dann können wir das wegtun Ähm Genau Also zwei Äxte brauchen wir auch nicht Dann können wir das wegtun Weg damit So Eine reicht ja wohl Dann haben wir sogar einen Survival-Bogen Ist ja geil So Dann können wir mal was kochen oder? Garen Schweinefleisch mal braten hier Oder kochen oder wie auch immer Braten So Dann trinken wir mal was Geht hier nur ein Platz Ne Hier Dose Kaffee Ja genau Ne Wasser hier Jawohl Gucken wir mal hier Klappe Uh Handschuhe Fäustlinge Sehr gut Angezogen 0,3 0,3 0,5 Dann ziehen wir doch die an Dann machen wir die weg So Oh Ohje So Äh Ja Essen Erstmal öffnen Gut Erstmal das auch mal hier Das komische Zeug da Rohrkolbenstängel Ja Ich glaube es reicht erstmal Okay Garen Hallo Wasser So Okay Dann Würde ich mal sagen Machen wir noch das eine weg Hier Angezogen Das da weg Genau Zerlegen Jawohl Und wir haben jetzt auch eine Mütze an Endlich mal Meine Güte So Jetzt können wir gleich mal trinken Gut Machen wir nochmal Wasser Garen Wasser Ich bin eine Dose Achso Ja Warte mal Mitnehmen Können wir ja wieder hier Dinger machen Krachmacher So Brennstoff hinzufügen So Wunderbar Das ist schon ein cooles Spiel Ich lieb das Sonst haben wir nichts mehr Liegt da was unter dem Rucksack? Ne Ist der Rucksack Ich dachte da liegt noch was Hallo Hallo Steh wieder auf Jetzt Siedepunkt Der Siedepunkt Der Siedepunkt Naja Jetzt kann man mal gucken auf der Karte Wo wir als nächstes hingehen Äh Es wurde eine verdächtige Person gesichtet Suche in der alten Hütte nach Hinweisen Hab ich doch Hab ich doch Jetzt gemacht Weil ich Oder gibt's da noch mehr Ah Werkbank Moment Krachmacher Herstellen So Jetzt gucken wir mal Nehmen So Wasser Garen Wasser Garen Gott Dann Trinkt mir noch was Ja Passt Ja wo sollen denn hier noch Hinweise sein? Hier ist nix Das haben wir schon Ne Das war ja der Zettel Hallo Mensch Jetzt Äh Suche in der alten Hütte nach Hinweisen Jetzt wurde eine verdächtige Person gesichtet Genau In der alten Hütte Aber den Zettel hab ich doch schon Den hab ich doch schon gelesen jetzt Warte mal Orte Personen Franklin Ne Dinge Auswählen Krachmacher Haben wir auch schon Aktionen Auswählen Ducken Straftäter Verstecken Achso Oh ne Untersuchen So Siedepunkt Immer noch Siedepunkt Erstmal mal kurz Was Äh Was haben wir denn noch? Trocken und knusprig Geil So Ja hier gibt's ja gar nichts mehr oder? Oder hab ich hier was übersehen? Vielleicht Das ist ja Ne Also ich seh jetzt hier nichts mehr Hier ist der Eingang Nö Nö Das war's schon Bett Schlafen Ja Eben So das nehmen wir mit Aufheben Aufheben Ja Ich glaub wir gehen wieder Können auch ein paar Krachmacher machen Machen wir's auch So Pfeilschaft Was haben wir denn da? Ne Das brauchen wir nicht Okay Satt Okay Ja Also hier gibt's ja nichts mehr Ist ja alles leer jetzt Ähm Oder ist hier noch was Kannst du mal auseinander nehmen aber Ich glaub das bringt eh nichts Und was bringt das jetzt? Nix Kann man Feuer machen oder was? Schießpulver Ja Brennholz Mal was reintun hier Stöcke Gut dann schlafen wir noch mal Acht Stunden Zack So Dann geht's noch? Eine Stunde Toll Jetzt hab ich nix mehr Na gut hier ist ja warm ne Ist ja egal Hier brauchen wir eh nichts mehr Dann können wir jetzt noch wieder rausgehen hier So Jetzt wird's wieder hell Wunderbar Gut Dann können wir jetzt was trinken Und was essen Bist du noch ein bisschen mehr Essen finden irgendwie? Ja Essen wir die mal Und das trockenen Fleisch So Jetzt haben wir nichts mehr Das war's dann wohl Okay Survival Bogen Krachmacher Jetzt haben wir schon fünf Krachmacher Ja gut Vielleicht hilft's dir was ne? Gut Dann Da brauchen wir auch nicht mehr hin Was ist das da hier? Begib dich zum Kraftwerk Was ist hier oben? Ein aggressiver Wolf treibt in der Gegend sein Unwesen Jetzt wurde eine verdächtige Person gesichtet Ich weiß aber nicht was der meint Da unten am Boot Oder was? Oder was meint der? Was meint der hier? Vielleicht meint der hier unten irgendwas Hm Wieso friert er jetzt? Was soll das? Ich hab doch extra Hm Ja aber warum? Immer noch angezeigt hier Hä? Versteh nicht Oh mein Gott Hallo Was ist bei dir schief gelaufen? Alter Sag mal Wehe Gebrochene Rippe Willst du dich verarschen? Jetzt kräft er mich auch schon an Was soll das? Hau ab Mann Toll Angriff So ein Scheiß So Gut Jetzt gehen wir da hoch Na ja Jetzt können wir so viel auch nicht rennen Oh wei oh wei oh wei Das ist ja wieder toll Wieder typisch hier Gehen wir hier auf das Ja auf den Weg genau Da gehen wir lang Was anderes würde ich jetzt nicht empfehlen Bin ich hier richtig? Ja Wir gucken ob wir hier auf dem Weg irgendwas finden Noch Ein Auto oder ein Haus oder irgendwas Wo wir noch reingehen könnten Wehe Also das hätte ich jetzt nicht kommen sehen Dass der jetzt mich da angreift Okay Leute Dann würde ich mal sagen Mach mal in der nächsten Folge weiter Bei Dingsbums hier Long Dark Dann bis zum nächsten Mal Und dann gucken wir mal Dass wir dort hinkommen Alter Bis dann Tschüss 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 Vielen Dank.